Du hast sicherlich viele Fragen. Das Reisen geht nicht spurlos an einem vorbei. Der menschliche Körper ist auf Dauer nicht dafür geschaffen. Was ist das hier? Wollen wir anfangen? Ich will mit überhaupt nichts anfangen. Ich will, dass es hier endlich aufhört. Alles! Keine Sorge, es wird ein Ende finden. Das ist unausweichlich. Dein Ende. Mein Ende. Bei genauerer Betrachtung jedermanns Ende. Wer sind sie? Kannst du dir das nicht denken? Das kann nicht sein. Ich bin du. Jeder Stein ist wieder da, wo er hingehört. Jeder an seinem Bestimmungsort. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schubs. Ich bin du. Ich bin du. Ich bin du.